Hallo, mein Name ist Rosé, ich bin Cavemans Sekretärin und ich melde mich aus Weißenkirchen in der Wachau. Hallo, ich bin 2G und Cavemans Nachrichtensprecher. Caveman Wachau macht heute am Panoramaweg Vorderseiber einen Spaziergang. Ob Regen oder Sonne, die Wachau ist eine Wanne. Mh, das schmeckt. Mh, das schmeckt. Mh, das schmeckt.